Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Sky ist das Zimmer wieder und ja, es war wieder eine lange, längere Aufnahmepause bei mir, aber jetzt habe ich eigentlich wieder Zeit gefunden, hier mal wieder ein bisschen aufzunehmen und ich muss auch so langsam, aber sicher komme ich dahin, dass ich wieder aufnehmen muss, weil ich lustigerweise so langsam kommt es, so langsam aber sicher ja, machen wir mal weiter hier ich muss mich erst wieder orientieren, gerade regnet es ein wenig, man hört oben schon die Hühner und Kühe und alles rumschreien sehr, sehr cool, dass es funktioniert hat da oben was ich nicht so cool finde, ist, dass da oben ein Viech gespawnt ist hab ich eigentlich einen Bogen? Ich hab gar keinen Bogen, fällt mir ein gut, dann schnappen wir uns hier mal unseren Stecher komm, ein klein kleines Viech, oh, da hängt noch eine Spindel irgendwo rumrennen kommt da oben raus gespawnt boah, ja, und das hat der jetzt gespawnt ich bin jetzt schnell okay, irgendwie ist das hier noch nicht so richtig das gefällt mir noch nicht so richtig jetzt muss ich erstmal wieder ins Questbook gucken und auch mal gucken, was habe ich hier eigentlich veranstaltet und wie sieht es hier aus oh Gott, oh Gott, oh Gott ähm, hier habe ich noch genau einen Hammer und das Ding hier ist leer hier ist tatsächlich gerade alles in order alles funktioniert so wie es sein soll ich blöcke hier gerade mal rein ich habe hier eine Menge Blaze Powder ich muss glaube ich noch mal ein paar mehr Kisten hier ran packen was haben wir denn aktuell viel, wir haben aktuell eine ganze Menge hiervon und wie sowas sagt eigentlich ein Eventar zu dem Thema und wieso spawnt hier ein Enderman durch durch die Gegend hallo mein lieber Enderman er lässt natürlich keine Perle fallen okay, irgendwo entweder ich habe irgendwo vergessen auszuleuchten vermutlich da oben was ich da oben neu gemacht habe da habe ich vermutlich vergessen auszuleuchten, oder? Moment mal kurz äh bin ich jetzt im F7-Mode? oder nicht? ja, okay, ich bin im F7-Mode das ist schon mal gut gut zu wissen aber ich habe ein Enderman-Head bekommen aber immerhin so, jetzt langsam mal produktiv werden die anderen äh, gehen wir mal nach oben wieso bin ich so langsam? eigentlich dachte ich könnte schneller sein irgendwie ist das hier alles ein bisschen strange okay, wo habe ich vergessen auszuleuchten? Frage Nummer 1 hier, irgendwie war hier jede Menge Kühe und Viecher und alles super hier sieht es eigentlich auch gut aus hier wachsen gerade Kürbisse sehr cool da oben drauf habe ich vergessen auszuleuchten okay dann ändern wir das mal kurz und indem wir hier eine Redstone eine Glock draus setzen ach du Scheiße fuck 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 Hilfe äh ich schwimme hier gerade in einer Schmelze ach du heilige Scheiße rausbauen rausbauen heidewitzker ey was zum oh das war jetzt gerade nicht so schön zumachen hier boah ich dachte echt ich würde jetzt hier sterben das wäre nicht gut gewesen schnell mal was essen da oben randalieren die Leute in der äh in den Ding ich komme einfach hier gerade zu nichts ich sitze hier seit 3 Minuten und komme zu nichts das ist ja freudig wo ist mein blödes Questbook da meine Güte ey Questbook so klick hier to start gut learning to skyblock was geht wie geht es hier weiter moving power oder autobreuer we must go deeper once okay das heißt ich sollte ins Nether gehen mir eine Nether äh mir eine Dings holen oder ich spawne mir eine Blaze das ist die Alternative ähm ich werde jetzt gerade mal kurz mein Inventar hier ausleeren das alles rüber das rüber das das was ist das den Apfel den String das Spider-Eye alles da rein das halbe Herz ne das tu ich da mal nicht rein Item Duct Enderman Head Gravel wieso habe ich zwei Questbook Bucket Pulverized Iron Ore das ist so schwachsinnig dass ich das hierbei habe ähm was ich auf jeden Fall mal machen möchte ist ein Access Terminal oh der erste ist schon voll hier sieht schon mal gut aus ja alle Bites used nicht schlecht also den ersten haben wir voll gut den hier das Eisen schmeißen wir da rein und hier jetzt habe ich Platz im Inventar jetzt kann ich hier mal ein bisschen was davon rausholen und einfach mal rüberpacken äh und zwar hier rein so Gold und das Zeug viel Spaß das ist erledigt was habe ich noch so für Quests äh 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 Herz Kitchen das ist kochen ohne Ende dafür brauche ich noch einiges D-Powered Flight das ist doch was feines Steam Room Aha Steam Room was brauche ich dafür Steam Turbine und Turbine Housing und Reaktor Glas und so weiter okay muss ich mir vorher alles noch angucken habe ich so sehr keine Ahnung ich wollte mir noch mal so ein Access Terminal bauen wenn ich jetzt richtig habe dafür brauche ich ein E-Kabel das ist doch ein Crafting Terminal wir gucken äh ein E Access Terminal ist das so ein Ding mit dem ich da auf das mit dem ich dann da zugreifen kann kann ich da irgendwie Infos hernehmen ne ne gibt es Infos ne ME Kabel kann ich das Ding zufällig bauen nein mir fehlt tatsächlich nur das Ding hier habe ich noch so ein Basic warte was fehlt mir denn dafür noch da fehlen mir nur die Fluix Dust die kriege ich aus Nether Quartz Dust kann ich mir sogar herstellen boing perfekt dann einmal das Ding herstellen und einmal das Ding hier herstellen Access Terminal yay ok jetzt brauche ich noch die ME Kabel ME Kabel 5 Stück ist ein bisschen wenig ich kann aber erstmal testen ob das überhaupt funktioniert was ich hier vorhabe ich möchte nämlich dann hier quasi das ME Kabel draufsetzen und da dann den Access Terminal mal testen ob das funktioniert so wie ich mir das vorstelle ähm einfach mal draufsetzen ah es funktioniert jetzt kann ich dann auch von hier aus craften und von hier aus gut dann bauen wir das Ding mal wieder an und das Ding auch haben wir alles im Inventar dann möchte ich nämlich da oben irgendwo quasi hier drüber so äh das bauen ich möchte mir hier gerne auch mal eine Treppe nach oben bauen eine zweite hallo kleine Spinne so scheiß Ding gibt's das denn diese fiesen Viecher wo bist du sag mal geht's dir noch gut alter Verwalter ey also ich möchte hier hoch oh da ist gerade was kaputt gegangen das ist gut dass was kaputt geht denn dann kann ich hier mal den Stonehammer mitnehmen den hier und den da reinpacken oh der nächste ist kaputt gegangen dann kann ich gleich den nächsten schnappen oh und noch einer Heinewitzka okay jetzt geht's hier rund die ganzen angebra die ganzen gebrauchten Hammer kann ich jetzt da reinschmeißen und danach mit frischen Hämmern um mich werfen sehr cool dann gehen wir jetzt hier hin und sagen ich hätte gerne einen Hammer und zwar einen Stonehammer jawoll okay jetzt habe ich keine Sticks mehr das heißt ich sollte mir mal Sticks craften ähm Stick ich habe kein Holz willst du mich verarschen hier da Wood ohne Ende Bob Sticks ohne Ende so rüber was ist das denn hier äh Bom 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 und Bom Bom Boom so ganze Kiste voll damit das ganze Inventar voll damit Dankeschön geht doch hier so und das gleiche noch einmal bis sie da 64 drin haben kann ich zufällig irgendwie nee geht nicht ich kann da nicht sagen dass mir das ganze Inventar 1 vollknallen soll das geht leider nicht wird jetzt alle reingepackt nein hat er nicht so 39 dann mehr davon gib mir mehr 59 okay 5 noch 1 2 1 2 3 4 5 schwupp ok ich könnte jetzt noch mal 4 machen egal das lassen wir jetzt so bis er 60 Hämmer durchgehauen hat das dauert glaube ich noch eine Runde dann sind wir hier jetzt gerade hier ist er am Pulverisen das Aluminium Aluminium oder das hat er noch war das Aluminium was ich da reingepackt hatte anscheinend egal passt schon hat er wie wir hier zu tun arbeitet er hier denn Aluminium Molten Aluminium ah er kann es ausgießen perfekt er gießt es so soll es sein es wird ausgekossen da muss ich mich um nichts kümmern ok als nächstes möchte ich da oben mal kurz wie gesagt eine Treppe nochmal hinbauen dass der auch nochmal hoch kann und auch nochmal hier Zugang kriege zu den Dingern also beziehungsweise hier drauf und zu den Dingern und dann das hier so ein bisschen einhausen die Treppe soll ich hier entstehen dafür brauche ich einmal Cobblestone nehmen wir hier mal ein bisschen was hoppala nee so 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 der E-K-90 nehme ich mit und Cobblestone Slabs habe ich eine Cobblestone Slabs tatsächlich nicht mehr ok aber die kann man sich ja machen guck mal schwupp so läuft alles zurück perfekt dann wollen wir uns hier mal hochbauen beziehungsweise vielleicht baue ich mich auch von oben runter da muss ich nochmal überlegen der Regen nervt gerade gewaltig aber ganz gewaltig aber die Kühe finde ich schön oh Kühe wow Wald und wahrscheinlich viel zu wenig Energie hier ja ich habe zu wenig Energie das hier gefällt mir irgendwie noch nicht so richtig das ist noch nicht so wie ich mir das vorstelle egal was habe ich hier gemacht ich mache hier mal kurz das Ding leer das sollte ich suchen das nicht mal nein nicht explodieren sterben danke so noch Kollegen die yay beheading plus eins und nochmal ein Creeper wow ok das wäre erledigt ich brauche noch mehr Enderman ich brauche Enderperlen die kann ich mir natürlich auch anders machen aber brauch es halt sieht es hier hinten nicht so aus aber hier fällt alles ganz fleißig herunter das sieht doch nicht schlecht aus oh schon ordentlich Knochen also das Ding funktioniert ich muss mich auch erst wieder eingrooven hier mhm genau ich wollte mich hier eine Treppe runter bauen dann fangen wir damit nochmal an indem wir hier eine Reihe Cobblestone Slap setzen die soll drei Breitchen und nicht dort starten das war schon mal falsch ähm so bauen wir uns hier mal so ein bisschen runter beziehungsweise woop komm ich denn überhaupt hier noch ja das müsste auch nicht gehen ich muss das von unten machen sorry pork pork so ich muss hier irgendwie noch so ein Fundament haben äh falsch damit sollte ich es vielleicht machen das könnte helfen also wir gehen hier herunter und wir bauen dann hier noch die Treppe hin ich glaube ich muss hier so irgendwie runter oh das ist doch mää 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 ok noch einmal hoch ich brauche ein Jetpack aber unbedingt ich brauche definitiv ein Jetpack und hier wieder so die Access Terminals muss ich da auch anbringen ey so also ich hatte das so gemacht und dann einmal hier hier da da nicht da nicht fällt halt weg mir egal so dann geht es hier weiter mit dem und dem da nochmal einen dran ok wie soll ich das ich muss jetzt hier gleich mal die Kurve kriegen dann machen wir hier doch mal eine Plattform so dass wir hier die Kurve ach hier geht es schon gar nicht mehr weiter ok dann geht es hier rüber 1 2 ich kann ja nur 2 breit sein ok warum halt warum auch nicht so und dann geht es hier nach unten weiter wie soll ich das hinkriegen ähm da muss ich da drunter oder dann kann ich kein Koppels drunter setzen ich bin da lustig hier wie stelle ich mir das vor hier um Gottes willen schön ist aber ich kann aber jetzt hier rüber und hier irgendwie zugreifen auf die Kiste kann ich jetzt zugreifen von hier das ist cool ok dann baue ich mir das wieso was wieso liegt da ein wieso wieso ich wundere mich dass er nichts ausgießen kann wenn ich hier wenn ich hier Schwachsinn reinlege in die Kisten alter ey das Ding ist fast leer das ist gut er kann hier ausgießen wenn er was hat ok ich wundere mich warum das hier nicht funktioniert ey das gibt es doch nicht so da will ich weitermachen das heißt ich muss hier irgendwie mal mit Cobblestone ran funktioniert sogar so so und da dann weitermachen genau so jawoll ok lässt du mich da ran danke hallo halt wieso willst du das nicht machen lass mich das Ding da setzen du Arschloch hä what the hell was geht hier ab krieg ich da was hinsetzen ja da gehts da auch strange ich könnte natürlich auch einen Elevator bauen das wäre natürlich auch nicht schlecht ne hier sind Elevator wäre geil ähm naja aber eigentlich Treppe eigentlich ist erstmal die Treppe dran wenn man sich nicht entscheiden kann ne dann passiert das was ihr jetzt hier seht hier mal hoch und mal schauen dass wir hier weiter kommen so hier gehts runter und dann gehts hier weiter dankeschön dankeschön das geht doch wo ist denn das Problem ich sehe da gar keins irgendwie haben die da ein Problem gesehen so das ausleuchten werde ich später vornehmen dann werde ich mich ja wie mache ich das hier jetzt weiter ich gehe entweder in die Richtung ich glaube ich gehe in die Richtung da ist noch am meisten Platz da ist die Leitung die dann im Weg ist ja dann mache ich den hier weg warte mal kurz der da weg die Treppe hat nur zwei breit das ist auch nicht schlimm so hier mal runter so den da hin da nicht eigentlich aber egal jetzt hat sich schön das Casting besser hinzu das ist ja perfekt das ist ja scheiße ich glaube ist das räulig hier ist das ein Rotz ähm ich mache hier mal kurz überflüssige Blöcke weg das nicht so schlimm aussieht der ist auch überflüssig der ist auch überflüssig also schön ist anders das muss ich mal sagen leider eventuell muss ich meine Schmelze hier nochmal umsetzen also die hier eigentlich würde ich sie hier stehen lassen guck man kommt ja ran ans Casting das ist ja nicht das Problem ähm die Kiste wollte ich sowieso mal umstellen hier ist ja auch noch das ganze Zeug drin das muss ich nochmal rüber packen in die andere Kiste ah genau das wollte ich auch noch tun ha so langsam kommt es bei mir wieder das was ich denn so noch vor hatte so und hier Bom fertig so jetzt hier nochmal in schön das ganze da habe ich es schon das ist noch nicht schön eigentlich schon eigentlich ist es ja richtig gewesen mal so okay da einen hin da noch einen hin da was und da was so hier nochmal irgendwie was dran langsetzen jetzt komme ich schon nicht mehr durch das geht schon nicht warte mal dann mache ich hier die Treppe auch nur zwei breit dann machen wir es hier so dann ist das Ding ist der Drops gelutscht das Schnitzel palliert das palliert und aufgegessen dann haben wir das hier so da komme ich nicht hier ran da muss ich einmal kurz hier hin so so wird da ein Schuh draus oder? ich glaube schon die Ecke kriege ich nicht naja egal mache ich es halt hier zu dann sieht es keiner keiner gesehen hier nochmal dicht machen auch nochmal und hier muss ich jetzt mal rüber also quasi so ein Ausgang so einen Übergang machen dass ich hier quasi an diese Kiste rankomme an diese Kiste rankomme sagte ich oder irgendwie so oder nicht oder ja oder nein nö so vielleicht ok so komme ich an die Kiste ran und hier kann ich dann wieder über diese unglaublich geile Konstruktion rumlaufen ja gut äh Fackeln werden ganz gut hier weil es schon wieder dunkel wird oder? wird es schon wieder dunkel? ich glaube es wird schon wieder dunkel so dann setzen wir mal Fäckelchen hin da nicht bitte hier mache ich auch nochmal nein hier mache ich mal nein ähm dicht wollte ich sagen mache ich da dicht so die Ecke hier nervt mich aber die muss da sein oder? ne die muss da nicht sein ha? die kann weg boing gut Treppenhaus accomplished zumindest ein Stück weit dann eine Fackel dann nochmal eine Fackel dann nochmal eine Fackel mehr Fackeln braucht der Sand ähm gut hier kommt dann das an das ist nicht das Problem hier kann man eine Fackel hinstellen haben wir das auch erledigt so jetzt mal kurz gucken hier oben das regt mich jetzt grad noch auf hier das hier was spawnen kann oben drauf ich darf es aber eigentlich zu sehr ausleuchten damit es das leuchtet halt nach innen mit rein das ist doof hier drin soll ja schon was spawnen aber nicht oben drauf auf der links warte mal kurz ich mach mal kurz hier so eine Behelfstreppe so da einen hin ja ihr seht schon hier dann wird hier die Fläche kleiner ah ich weiß nicht wie ich es mache ich weiß wie ich es mache die kommt weg die kommt auch weg ich mach hier einfach Slaps oben drauf dann ist das Problem noch gelöst ich muss jetzt mal aufpassen dass mich hier jetzt keiner runterschlägt wenn die da drin jetzt spawnen irgendwie so ein Skelettmann oder so äh ein Skelett das ist ja kein Skelettmann das ist ja kein Skelettmann das ist ja ein Skelett so und hupf so und ich weiß nicht wie das geht das kann ich auch von hier außen machen theoretisch ich brauch doch nur Endermänner ich musste meine Ender-Lillies mal einpflanzen ich glaub das würde am meisten helfen das würde vermutlich am meisten helfen so da nochmal einen da ein da 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 und da ok den Rest mache ich dann wenn es drin nicht mehr so muselig ist habe ich noch was zu essen dabei ja ich habe noch sechsmal Karottensaft haben wir mehr 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 ach der kann voll Rockensaft ey ist das gut so jetzt sind wir wieder ein bisschen unhungriger und könnte mal hier runter gehen ah ist das geil hier schön ne zweite Treppe muss ich nicht mehr ganz rumlaufen ist das schön hier so ach wie schön ist meine Insel hier ach wie schön ist Lummerland wollte ich schon sagen aber ne gut äh als nächstes brauche ich noch ein paar ME-Kabel um mich dann da um mir dann da oben irgendwo noch so ein kleines Kabuff zu bauen wo ich dann auf den ME-Terminal zugreifen kann vielleicht auch ins Haus noch ein ME-Kabel reinlegen zur besseren Crafterei so das hier oben das mache ich dann dicht mit Sand aber das hier ändere ich noch ein bisschen oben das gefällt mir so noch nicht so richtig oder doch ne eher nicht da muss ich mir noch etwas überlegen wie ich das denn mache ja das ist soweit das sieht soweit ganz gut aus hier mache ich noch kurz die Umrandung rum um die Treppe zumindest soweit möglich hier ist ja zum Teil einfach ist das einfach nicht möglich hier zum Beispiel will er das nicht wenn ich er würde es wollen wenn ich den Koppelstern auswählen würde so 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 den 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 da und da und den hier mache ich dann so eingangmäßig gut Slaps drauf und glücklich sein hier nochmal Fackel drauf warte die Fackel kommt in die Ecke so schön ist jetzt ich kann jetzt hier schön drauf zugreifen von hier aus ähm das ist richtig geil ich kann hier überall jetzt hinlatschen das hat mich vor allem die ganze Zeit gestellt ich konnte hier ich hatte hier keinen Überblick was passiert hier wird hier ausgegossen oder nicht jetzt zum Beispiel sehe ich gerade das Aluminium kann hier ausgegossen werden wenn es soweit ist aber eben ist es gerade drunter hier wird gerade nichts ausgegossen ColorSafe ausgegossen es könnte hier ausgegossen werden ist aber gerade einfach wahrscheinlich zu wenig um ausgegossen zu werden ah das das Iron ist drunter das Iron ist drunter jetzt kann ich das schon mal ausgießen lassen hier oh Aluminium ohne Ende ouchi jetzt muss ich da mal hochgehen und gucken ob ich das nicht irgendwie anders hinkriege wie sieht es hier in der Kiste aus oh ja ah geil guckt euch diese Blöcke an diese Masse an Blöcken ist das geil ey MEK habe ich dabei geilomat echt geil so hier hochgehen mal kurz und mal nachgucken jetzt zum Beispiel stört mich das Aluminium nur aus zwei wieso wird das Aluminium jetzt nicht ausgegossen ist jetzt irgendwas drunter ähm ich will auf das Ding zugreifen danke ja da unten drunter ist etwas Blut von mir oder oder weil da ein Viech drin gestorben ist deshalb wird es jetzt gerade nicht ausgegossen aber jetzt müsste es ausgegossen werden ja jetzt wird ausgegossen boing läuft doch hier Molten Iron da habe ich vielleicht keinen Überblick ich gehe mal wieder hoch einfach weil ich es kann ha schön schön ist das hier so hier Eisen Eisen kann gerade nirgendwo ausgegossen werden dafür kann aber das Platin hier an drei Dinger ausgegossen werden das ist Schwachsinn deshalb der eine geht weg und wird direkt wieder platziert dann kann er das Eisen ausgießen das ist so ein bisschen die Krux an der Sache hier so jetzt kann er das Eisen ausgießen sehr gut und hier kommt Zeug nach läuft äh ich wollte egal passt schon gut dann schauen wir uns das Gewerk hier nochmal an sieht eigentlich ganz gut aus ich bin zufrieden das hier unten drunter bau weiß er noch nicht ausgeleuchtet ist hier ja ich bräuchte noch eine Enderperde die habe ich aktuell nicht ich würde sagen wir machen jetzt hier eine kleine Pause und dann geht es in der nächsten Folge weiter bei Let's Play Minecraft Aquarian Skies hat mich gefreut dass er eingeschaltet hat würde mich noch mehrfach in der nächsten Folge wieder einschalten bis dahin Ciao